Die Gesichtsverschmälung ohne OP, die eine der populärsten Eingriffe, die wir hier durchführen, gerade bei jungen Frauen oder jungen Mädchen, die eine Kontur im Gesicht haben möchten und das ganz natürlich ohne angeschwollene Wangen oder desgleichen, mit einem natürlichen Ergebnis auch rechnen möchten und hierzu dient diese Behandlung, die erfolgt in wenigen Minuten und hat dann ein perfektes Ergebnis nach sich und wir freuen uns hier das zu zeigen.